Wir drehen uns mal. Wir drehen uns mal. Das ist irgendwie besser. Aber das Drehen war lustig. Wir sollten uns vielleicht nochmal drehen. Wir machen jetzt eine Ansage mit Drehung, Andi. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Wir drehen jetzt gerade. Ja. Für euch ein tolles Video. Oh ja. Und jetzt auch ein Kreis. Und mir wird schlecht. Halt. Der heutige Song heißt Without Your Ghost. Ah ja. Okay. Vor langer Zeit geschrieben. Ist etwas rockiger geworden. Vorgestet. Geringfügig. Ich kann gleich nicht mehr aufhängen. Gesanglich schon durchaus eine Herausforderung. Muss ich sagen. Ja, ich nehme ja nur auf. Mir ist das ja egal. Ich trinke heute ein alkoholfreies Ekelgetränk aus der Schweiz. Kann man nicht trinken. Ja, es ist eklig. Ich dachte es wäre sowas wie Albtudler. Aber es schmeckt ganz eklig. Ja. Aber Albtudler ist ja auch nicht aus der Schweiz. Sondern ich glaube auch Österreich. Die Heizung ist glaube ich da, zu da, da zu sehen. Da. Aus. Andi ist vorhin schon ausgezogen. Die ist jetzt schon im Hotel. Eine so coole Bentley selten erlebt. Nein. Ich würde sagen Rekordzeit. Und jetzt. 17.15 Uhr. Das ist eine Dreiviertelstunde vor unserer Zeit. Wahnsinn. Andi. Haben wir ganz toll. Yeah. Ja. Na dann. Tschüss. Ja. 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 Ja.